Eine neue Folge unserer Rubrik 3 Fragen an steht heute auf dem Programm. Wir unterhalten uns zum Thema Rahmenvertrag, Sportversicherung im Sportbund Rheinland und sprechen hierzu mit der Leiterin der SBR Management Akademie, Barbara Berg. Sie ist auch erste Ansprechpartnerin, wenn es zum Thema Versicherung Fragen bei den Vereinen und Verbänden gibt. Liebe Barbara, wir arbeiten jetzt schon seit etlichen Jahren mit der ARAG-Sportversicherung zusammen. Diejenigen, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal vom Rahmenvertrag Sportversicherung hören. Was ist der Inhalt und was sind die Ziele der Zusammenarbeit? Also eine der satzungsmäßigen Aufgaben des Sportbundes Rheinland ist ja die Sicherstellung des Versicherungsschutzes für unsere Vereine und Verbände. Und aus diesem Grund haben wir seit 2001 schon einen Rahmenvertrag mit der ARAG-Sportversicherung abgeschlossen. Und in diesem Vertrag die Hauptrisiken, also Versicherungsrisiken abgesichert, die jeder Verein hat, egal wie groß er ist und egal welche Sportarten er betreibt. Und neben den Inhalten ist es natürlich auch eine Aufgabe, die Kosten im Blick zu behalten für unsere Vereine. Und ich denke, hier ist es uns durch die solidarische Finanzierung und die Gestaltung der Inhalte in der Vergangenheit immer gelungen, den Versicherungsschutz so kostengünstig wie möglich für unsere Vereine bereitzustellen. Und die ARAG hat sich hier auch seit Jahren als verlässlicher Partner herausgestellt. Das sieht man nicht zuletzt auch daran, dass wir das Versicherungsbüro hier bei uns im Haus haben. Bei der letzten Versicherungsausschusssitzung war man sich dann einig, dass der aktuelle Rahmenvertrag überarbeitet werden sollte und aktualisiert werden sollte. Was genau ändert sich für Vereine und Verbände im Sportbund Rheinland? Ja, also es ist natürlich auch unsere Aufgabe, diesen Vertrag immer mal etwas kritisch unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, ob er denn noch den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst ist. Das haben wir im letzten Jahr getan. Und hier haben wir festgestellt, dass wir die Versicherungssummen in der Haftpflichtversicherung anheben müssen. Und wir haben obligatorisch eine DNO-Versicherung und eine Vermögenschadenshaftpflicht aufgenommen. Und damit über den Sportversicherungsvertrag das persönliche Haftungsrisiko unserer BGB-Vorstände abgesichert und auch Vermögensschäden, die durch ehrenamtliche Tätigkeiten entstehen. Und ich glaube, das ist wirklich eine gravierende Verbesserung des Sportversicherungsvertrages. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir den einen oder anderen hier motivieren können, etwas angstfreier ein Ehrenamt zu übernehmen. Man muss dazu sagen, im Sportversicherungsvertrag ist das bis zu einer Summe von 125.000 Euro versichert. Das ist eine Grundabsicherung, die aber für die meisten Vereine ausreichend ist. Aber gerade größere Vereine oder auch Vereine mit vereinseigenen Anlagen sollten hier ihr Versicherungsrisiko überprüfen, ob sie die Versicherungssumme aufstocken müssen. Und dafür steht auch das Versicherungsbüro der ARAG zur Verfügung. Jetzt werden wir etwas genauer und schauen uns dann mal die Beiträge für die Vereine und Verbände an, die sicherlich mit den ganzen Zusatzleistungen jetzt auch ein bisschen steigen werden. Oder wie sieht das aus? Also die Erhöhung der Haftpflichtversicherungssummen und der Einschluss der DNO und Vermögensschadenshaftig war natürlich nicht zum Lüttarif zu bekommen. Ich denke, das wird auch jedem einleuchten. Aber uns ist es hier gelungen, über die Änderungen in der Unfallversicherung, die künftig erst ab 10% Invalidität leisten wird, gegenzufinanzieren und die Beitragssteigerung im Rahmen zu halten. Es wird sich also maximal um 8 Cent pro Mitglied und Jahr handeln. Und damit man das auch so ein bisschen einordnen kann, mal so zwei Beispiele. Wenn die DNO-Versicherung fakultativ abgeschlossen worden wäre, hier würde ein Verein mit 100 Mitgliedern 319 Euro im Jahr bezahlen und die Mehrkosten, die er jetzt durch die Änderung des Sportversicherungsvertrages hat, betragen 8 Euro. Auch für einen größeren Beispiel, hier liegen die Kosten bei fakultativen Abschluss bei 674 Euro und die Mehrkosten, die der Verein jetzt hat, sind 130 Euro. Also ich glaube, hier ist es uns wirklich gelungen, eine erhebliche Verbesserung für den Versicherungsschutz im Ehrenamt zu erreichen und das zu einer minimalen Beitragssteigerung. Und ich denke schon, dass man ja auch sagen kann, dass der Sportbund Rheinland hier eine Vorreiterrolle spielt. Vielen Dank, lieber Barbara, für den kurzen und interessanten Einblick zum Rahmenvertrag Sportversicherung. Das waren unsere drei Fragen an. Wer weitere Informationen zum Sportversicherungsvertrag im Sportbund Rheinland möchte, schaut gerne auf unserer Homepage sportbund-rheinland.de, so heißt sie richtig, rein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, drei Fragen an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.